Achso, übrigens, ich hab noch Magicians Blood auf jetzt von dir hier. Naja, einfach in die Kiste reinschmeißen. Ich hab dir füll ich auch mal ein bisschen was auf. Ich leg eine Ender-Pette dazu, weil ich die gerade noch dabei hab. Irgendwer hat übrigens seinen Sacred Vital Orb, äh, mitgenommen. Und zwei haben ihre Dings noch nicht abgegeben, ihre anderen Orbs da. Magicians Orbs. Ich hab schon das abgegeben. Ja, ja, ja. Ich zieh alles da hinten in der Kiste. Das ist das... Der wievielte Teil von Soundcraft ist das jetzt eigentlich? Vier. Ah. Lol. 4.1G glaub ich, haben wir. Ah, okay. Ja, ich warte eigentlich darauf, dass sich vierer Fox öffnet. Okay. Weil bei 94% ausgelastetem Arbeitsspeicher schafft, das dauert das ein bisschen. Mhm. Ähm, Craft 4. Ja. Research. Cheat, cheat! Cheat, cheat! Weil wir haben hier kaum Sachen, die wir reinschmeißen und erforschen können. Weil einfach 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 ist. Ja, ja. Eben. Okay, dann mach ich jetzt, glaub ich, den Witchwell... ...Y-Dingen da. Ne, ich hab noch nicht gelinkt. Ähm... Das sind die Manden und den Skripten-Tools. Magma-Cream brauchen wir, haben wir Schleim. Glaub ich, ihr... Dieses Guide wurde redundant mit einem neuen Update von Soundcraft gemacht. Das heißt, da gibt es selber so'n Cheat-Sheet drin, oder was? Weiß ich nicht. Weil ich mein, wenn es doch redundant ist? Einen Cheat-Sheet gibt's ja, aber das ist eben Creative-Only. Ah. Wir hatten doch immer mal Schleim gehabt. Haben wir die Schleim-Setzlinge noch? Haben wir noch, okay. Haben wir noch die Hohe of Rose? Immer noch in der einen Kiste. So, hier hab ich die schöne Liste, die ich wieder... Schön. Der eine Kiste? Ja, in der einen Kiste. In der Kiste, ne? Nicht in der anderen. In der. Ist wichtig. Ah, richtig. Das geht ja nicht auf den Slime-Sapplings. Bäh. Dann wächst er jetzt halt normal. Ich geht normal. Ja, ne, ganz. Äh, kann man da kein normales Papier reinlegen? Zum Schreiben mehr? Äh, nee, nee. Die musst du jetzt... Im Formel-Name kann die aussuchen. Das ist jetzt nicht mal zufällig. Ah, das heißt, du kannst dich entscheiden, was du researchen wirst? Ja. Ah. So, dann find ich erstmal die nächsten Aspekte raus, die ich hier mir schön alle aufgenössert hab. Äh, die Gas-Tears waren wo? Gas-Tears haben wir 16 Stück in der Kiste. In der Kiste. Ja. 15 nur noch. Okay, was brauch ich sonst noch? Das ist er. Wasser-Bäuchchen-Labis-Lazuli-Block. Sollten wir auch da haben. Die Schweine gespawnt. Cool. Und ein Obsidian. Das ist das einfachste. Wo sieht denn das jetzt aus? Wenn man jetzt nur wüsste, warum der nicht funktioniert. Ach so, ignored. Ja. Jetzt kriegen wir auch Herzen. Jetzt kriegen wir auch was? Ach so. Okay. Wieso sind die eigentlich grau hier unten? Das ist Structure-Upgrade-2. Das heißt, ich hab da so ein Ding gefunden. Okay. Das schmeißt alle Access-Items weg. Also die, wo wir nicht brauchen. Zum Beispiel, wenn wir schon, keine Ahnung, 128 Stacks haben, brauchen wir ja keine weitere. Ah, ich hab meine Tasche noch gar nicht aufgemacht. Hö, hö. Rähn schön. Okay, warten wir mal. 12 Angel-Box. Bah. Yay. Ich brauch meine Tonschärbe wieder. Wollen wir die Köpfe eigentlich aufheben? Weil wir kriegen da jetzt sau viele da durch. Alle um das Haus drumherum. Motos ist nicht mehr Air und Orlo, sondern... Boah, die kann man ja siften, die Köpfe. Echt? Ja, da bekommt man Bait raus. Oh, okay. Also die Zombie-Köpfe auf jeden Fall. Ja, gut. Die bringen einem jetzt nicht so wirklich viel. Die Creeper-Köpfe nicht. Die sind nutzlos. Echt, da nicht. Die Creeper-Köpfe sind auch aus dem Ghost Construct. Die sind nicht normal da. Und die Skelly-Köpfe auch nicht. Also kommen die weg. Trischkern. So, Air and Earth. Achso, Labels war Morte. Genau. Gut. Fehlt jetzt nur noch der Schleimkran. Und wie kriegen wir den? Wir kriegen den Slimy Zeppelin, der jetzt ganz langsam wächst. Kann man da nicht Boundmeal oder so? Boundmeal habe ich noch nicht ausprobiert, aber die Half-Growth geht nicht. Na, die Half-Growth geht auf Rubber auch nicht, aber Boundmeal geht dann. Mal schauen. So, mittlerweile kann ich jetzt schon viel mehr hier... Ne, geht nicht. Weiter rumrennen und noch ein paar mehr Sachen mir angucken. Mal schauen. Praktisch, dass man die ganzen verschiedenen, ähm, Mob-Heads auch, ähm, alle einzeln sich anschauen kann. Hm. Achso, ich muss dich auch noch anhocken. Okay. Na, was bin ich? Du klappst nicht, du bist kaputt. Ich finde es zu kompliziert. Zu komplex. Ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen warten, weil, ähm, sich diese Leiste, die da hinten links abläuft... ...hinten rechts, meine ich... ...erst mal... ...voll überfordert ist. Aber schön, jetzt habe ich eine ganze Menge Kram bekommen, jetzt kann ich hier vielleicht weiter examinieren. Ja. ...habe ich eigentlich Humanos mittlerweile gekriegt, ja, nicht... ...ähm... ...und Wither Skelton Skies bekommen wir auch. Wundervoll. Wundervoll. Ähm, ich habe es praktisch so gemacht, dass die Mobs nicht an Fall-Damage sterben, sondern, ähm, an den Inva-Spikes. Und die Inva-Spikes machen das, dass man, äh, Rare-Drops kriegt. Okay. Ist hier oben versteckt. Man kriegt aber jetzt leider kein X-P mehr. Aber gut, das hat man vorher auch nicht, wirklich. Ja, und wir bekommen jetzt Kartoffeln... ...warum sind hier Kartoffeln und Karotten? Weil die von Summers gelaugt werden, random. Oh, ne. Ja, dann werfen wir die... Wenn du mal kurz stehen bleibst, nochmal bitte. Hey, you do not have all the knowledge. Noob konnte ich mir anschauen. Was war der denn? Ja, Noob ist Standard. Obwohl, Frank hat Gift. Was? Frank hat, ähm... Frank hat Licht, ähm, Austausch, Mensch und Gift. Okay. Du hast Licht, Austausch, Tod und Leben. Tod und Leben, ja. Wo muss das? Wollen wir die Statuen auch behalten? Nee, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich... Mein Minecraft hat, glaube ich, gerade gecrasht. Ah, okay. Okay, dann werfe ich die auch in die Trash-Gun. Ne, mein Minecraft hat überlebt. Ja, okay, schön. Ich will mir jetzt aber an der Konsole anschauen. Ah, die Konsole zieht das schwarz, okay. Dann schau ich mich an der Konsole an. Okay, Sacrifice, sie sind unschön, ja. Ich muss nur überlegen, wie wir das jetzt mit, äh, hier mit dem automatischen Blutgenerieren machen. Hm. Auf, auf was triggert das Zeug denn? Das ist genau das Problem. Ich weiß nicht, ob es auf, äh, Schaden an Gegnern triggert oder auf Tod an Gegnern. Hm. Muss... Das Ding macht, opa, das klingelt, das Ding macht selbst Schaden. Hm. Also, was weiß ich nicht. Ja, es ist jetzt die Frage, ob es durch das Ritual sterben muss oder ob es einfach sterben muss. Ja, wie gesagt, will ich gerade, aber ich glaube, das muss nur so sterben. Das wird gut. Kannen wir schlafen? Oder, ne, geht ja nicht. Wir brauchen jetzt alle vier. Ah, ja, wir brauchen... Alter, wie viele Köpfe wir da schon haben. Davon abgesehen haben wir jetzt auch Necrotic Bones, die auch jetzt hergestellt werden sofort, ne? Brauchen, glaube ich, mehr Kisten. Ach, wir haben schon mehr Kisten, okay. Das Wichtigste ist da drin, der Rest wird weggeworfen und in die Chester. Muss man halt jetzt noch upgraden. Äh, rein theoretisch haben wir da hinten eine Diamantkiste, die wir nicht brauchen. Sehr Gerd. Äh, sehr Gerd, genau. Du bist so Gerd. Sehr gern. Das ist sehr Gerd, das ist... Ach, das ist schon fast Jürgen, so ist das. Haha, ja, ja. Sorry an alle Gerds und Jürgens, die das hören. Haha, ja, man. Auch wenn ich bezweifle, dass es überhaupt jemand anhört. Bis zu diesem Zeitpunkt. Ah, doch, irgendwann mal. Irgendwann mal in geraumer Zukunft wird es wahrscheinlich ein... Smelchrys werden langsam überladen. Echt? Mit was? Mit Zeug. Oh, das ist geil. Wegen der Kobbelgen wahrscheinlich. Kobbelgen? Ja, ich habe jetzt zwei weitere Igneos. Jetzt arbeitet ja alles auf Volllast. Ah, okay. Sind nebenbei überladen. Und die haben beide kein Lava oder was ist los? Was? Die sind, die arbeiten. Oder, oder sie... Ne, die arbeiten schon. Es sieht nur aus, als wären die leer für mich. Hä? Ne, die haben hier einen Tank. Guck, der ist voll. 4-4. Ich sehe es, aber wenn man mich jetzt hier anklickt, wird einem doch eigentlich... In der Smeltery doch... Die Menge an Lava angezeigt. Die ist bei mir leer. Schmelzen tut es aber also. Ja, das tut es, das sehe ich. Wahrscheinlich, weil der Tank nicht direkt daneben ist. Sondern so um die Ecke. Wachsen ist der nächste Pling. Bitte? Nichts, ist okay. Okay. Ich bin ein Minecart, ich bin ein Minecart. Na klar, oh. Nicht so mit vorn. Oh, ich habe schon gedacht. Oh. Ne, hier ist eh eine Bremse. Hier würde eh nichts funktionieren. Oh, ich habe jetzt schon eine Herzabdruck bekommen. Ich habe gesagt, ich bin ein Minecart. Ich habe nicht gesagt, ich fahre in einem. Dieser Mensch. Der Tücher sieht schön aus irgendwie. Jetzt so an der Seite hängt. Was? Hier am Stahlofen. Achso, sehe ich nicht. Ich bin jetzt gerade wieder hier oben und laufe an den Katzen wieder vorbei, die mir immer noch die Nerven gehen. Oh, wie cool. Hier auf der Affelgras-Perform sind Schweine gespawnt. Ja. Cool. Ja. Abandoned Farm. Jetzt. Mhm. Ich arbeite meine nächsten Quest weiter. Ich habe nämlich eine gesehen, die ich glaube ich schaffen könnte. Problemlos. Okay. Die nächste beim Essen, ne? Ja, eben. Die mache ich jetzt. Okay. Okay. Ups. Ja, siehst du? Aha. Ich habe es weggepackt. Ich packe es wieder weg. Kein Problem. Ich bin im falschen Modus. Ich muss hier mit U dran. Sorry. Mit R. Ich habe sie wieder weggepackt. Also ehrlich, keine Sorge. Ja, schon okay. Ja, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Hey, jetzt können wir auch diese Shards anholen, ne? Jetzt wollen wir noch Eis haben. Äh, ja, noch haben wir kein Eis, aber das mache ich dann gleich. Ja, klar. Ähm, ja, das ist recht billig zu machen, das mache ich. Äh, was brauche ich? Redstone, Kupfer. Ja, okay. So. Ups, okay. Ich kriege ja Stacks Kupfer. Krass, wie viel Kupfer. Boah. Hat sich eigentlich wer um den pinken Schleim gekümmert? Zwischen. Nö. Irgendwie klappt das nicht so. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, sorry, dass ich mir jetzt... ...Stack Kupfer genommen habe, aber... ...wir haben hier 42 Stacks. Out of Smattery. Yay. Ja, das ist schon irgendwie geil, ne? Und zwei Stacks Diamanten. Und zwei Stacks Emeralds. Geil. Jetzt haben wir wirklich von allem genug. Nein, von Tira noch nicht. Haben wir noch so Impulse-Zeug, weil das Zeug wird hier ziemlich langsam runtergepumpt. Das macht doch eigentlich keinen Unterschied. Wie lange es dauert, ist egal. Es geht nur darum, wie schnell es ankommt. Also in die großen Mengen. Hä? Von der Mob-Farm runter. Die Chess, die Buffer-Chess überfüllt. Achso. Da wäre ein so ein Impuls-Ding nicht schlecht. Ja, ne. Das braucht man selber. Ja, ne. Ich schau. Ich schau. Sonst überfüllt die da. Das verlangsamt sich ja eh wieder. Du kannst eins von meiner Farm benutzen. Stimmt, ja. Du musst musst ja austauschen. Ich meine, normale habe ich dabei, das ist kein Problem. Ach, du hast da überall Impulse- Oh Gott. Nur oben. Haben wir noch Glas da normalerweise? Ich will, dass ich sie schnell verteile. Ich habe Glas-Paints hätte ich noch. Ja, aus denen kann ich ja nichts basteln. Obwohl vielleicht schon mit dem... Ich habe ja noch Kriegel, das geht auch. Du kannst wieder zusammensetzen, das geht auch. Oh, passt. Achso, das ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, wenn dann... Du hast so ein Dick, das geht ja nicht. Ich schaue da dann kacke aus. Ist doch egal. Das ist doch keine alte Sauber. Und jetzt wird die Hälfte von den Barrels extrem schnell befüllt und die andere irgendwie gar nicht. Naja. So, wie ist das jetzt? Ist das dann wie eine Goldpipe in Buildcraft? Oder... Ist... Ja, genau. Ja, geht die nicht schnell. Und es beschleunigt und hält beschleunigt. Also du kannst es auch direkt an die Kiste rampazieren und ziehst einfach schneller raus. Okay. Ja, das dürfte, glaube ich, dann reichen eigentlich. Sollen die beiden einmal noch schnell mit Wasser füllen? Jetzt bin ich froh, dass... Ja, das geht schneller. Jetzt wird es verdammt schnell, ja. Was bist du froh, dass? Äh, dass es jetzt Infinite Water Sources gibt. Ja. Witzigerweise habe ich nur die beiden einmal so schnell geklickt, dass ich die Infinite Water Sources kaputt gemacht habe. Wow. Dann habe ich sie wieder aufgefüllt. Äh, so ein Void Upgrade hast du rein in die Barrels? Mhm. Okay. Haben wir die Blaze Rod eigentlich noch? Oder ist sie schon verwendet? Warte mal auf Deutsch. Haben wir die Blaze Rod eigentlich noch? Oder ist sie schon verwendet? Ach, Blaze Rod. Denken die dafür verwendet sein. Die ist voll drin. Ja. Ne, da ist sie doch. Untere. Achso, okay. Strongbox. Strongbox unter. Achso, das ist Strongbox. Okay. Vielleicht Pausen oder so, oder was hast du dir gedacht? Äh, auch indirekt, ja. Jetzt hier die Quest. Achso. Achso, da brauche ich ein Auto-Teil, meine ich. Auto-Teil, also vielleicht, keine Ahnung, so ein Reifen oder so? Naja. Oh Mann, hey. Soll ich einfach den gleicher Precipitator hier neben den Ofen stellen? Neben den Furnace, oder? Nein. Dass das Eis gleich wieder schmilzt. Ja, eben. Ich packe es einfach auch an die Leine, das könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Ja, Hauptsache, das produziert ein bisschen Eis. Lass schon mal Eis vorproduzieren, ne? In der Kiste rein, weil wir brauchen ziemlich viel später. Klar, aber das braucht einen Constant Border Supply, ne? Ja, Querser Cumulat. Ja, den kannst du ja reinhauen. Den haben wir hier irgendwo irgendwo... Den habe ich hier irgendwo noch hinten stehen, glaube ich sogar, ne? Den habe ich einfach irgendwo hin platziert. Der ist, glaube ich, da hinten, oder? Ja, da hinten. Der da. Ja, den habe ich da hingestellt. Kann ich einfach, einfach... Warte, ich brauche ihn hier. Ja, danke. Ja. Nice. Oh, Red Store Reception Coils. Das Wasser nehme ich schnell mit. Oh, nicht. Ah, habe ich auch noch, okay. Ah, jetzt habe ich das Wasser doch nicht mit, okay. Ich habe gerade, ich nehme das Wasser jetzt mit, aber ich habe es auch nicht mitgenommen. Habe ich schon. Mindestens ein Eimer. Oh, wir brauchen einen Red Store Repeater. Ist ja... Ja, wäre auch noch ein. ... so veraltet, ey. Und den Kühlmeister stelle ich einfach. Voll oldschool. Stille. Genau.